Hallo zusammen, mich ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und wir wollen gucken, was wir da so rausziehen können. Und zwar nicht nur mit Main, sondern auch noch mit drei Twings, heißt insgesamt vier Chars. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Main gleich mal durch. Gucken, dass wir ein richtiges Bag eingestellt haben, Wächter. Und letzte Woche war ich tatsächlich nur eine M-Plus-Inni drin. Und ein bisschen im Raid, aber ich hoffe, dass die eine M-Plus-Inni was gibt. Ich brauche Schultern, bitte gib mir Schultern. Mal gucken. Na? Okay, da ist ein Ring drin, ne? Tempo-Krit, das ist nicht gut. Aber es wäre natürlich zumindest vom Item-Level besser. Und was haben wir hier drin? Wir haben eine Ledertalje mit Versa-Tempo drin. Noch einen Ring. Und... Boah, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung, ne? Ich habe einen... Ich habe einen Gürtel, der wahrscheinlich sogar auch ein Upgrade wäre. Mit Sockel, tatsächlich. Und das Wichtigste ist, dass es sogar ein Transmog teilweise noch brauchen kann, ne? Und der Ring, der wäre natürlich Item-Level-technisch ein Upgrade. Aber Stat-technisch wäre es halt eher nix, ne? Ich habe einen 220er und einen mit guten Stats und Light-Stil drauf. Hm. Hm. Ich bin nur überlegen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme sogar das Transmog-Teil. Weil der Ring ist jetzt nicht so nice tatsächlich. Und das ist sogar auch ein Upgrade, ne? Weil das... Mein schlechterstes Set ist halt Crit, ne? Ich brauche halt, ähm... Versa-Tempo oder Versa-Mastery. Das ist halt jetzt leider mit Max-Crit. Komm, wir nehmen den Gürtel. Dann habe ich da noch ein... Ein Transmog-Teil auch mehr. Und gut ist. Hat sich... Hat sich ja zumindest rentiert. Sagen wir denn... Ein 16er-Spitzen. Und... Ein Transmog-Ding mehr. Dann ziehen wir den Gürtel einmal an. Hopps, das wollte ich nicht. Ist zumindest, ne? Ich hätte vorher einen 2.7er. Ich hatte ja zwei Slots noch ziemlich schlecht. Ähm, Schultern und Gürtel. Das ist Gürtel halt eher so mittel, ne? Und, ähm, ja. Ich hätte zwar den hier upgraden können um 13 Item-Level. Aber wie gesagt, ähm... Das ist halt eher... Eher dann so... Hm. So eine halbseitige Geschichte, wenn die Stats halt schlecht sind, ne? Gut, dann würde ich sagen, Transmog-Teil das gleich wieder drüber. Und bauen uns den Sockel rein, dass wir das nicht vergessen. Und zwar... Ähm... Brauchen wir einen Versa-Sockel. Versa. Jetzt schauen wir mal. Ähm... Edelsteine. Vielseitigkeit. Jetzt geht das Suchen wieder los. Das hier ist der richtige, ne? Genau. Also, Versa-Sockel haben wir auch. Und... Dann können wir eigentlich den alten Gürtel gleich mal weghauen. Das war... Den hatte ich nur aus dem 12er, ne? Relativ am Anfang der Expansion habe ich mir da einen Gürtel geholt. Aber wenn du halt nur über M-Plus gierst, tatsächlich, dann zieht sich das so ein bisschen gut. Ich war jetzt letzte Woche noch im HC-Rate drin. Eigentlich weniger, um zu gieren, sondern eher wegen Achievements, ne? Dass ich da nochmal ein bisschen was, ähm... weitermachen kann. So, die Pads können wir auch kurz einmal rausnehmen. Sockel rein. Und dann sieht es zumindest Versa-Technisch immer noch halbwegs gut aus. Okay. Ja. War jetzt... War jetzt okay. Zumindest war es keine komplette Nullnummer, ne? Ich habe es tatsächlich schon schlimmer erwartet. Vielleicht kriege ich dann nächste Woche so ein bisschen meine Schultern. Dann würde ich sagen, ähm... Swappen wir hier einmal auf meinen Twink rüber. Und zwar, ähm... War ich ja mit dem auch ein bisschen im LFR unterwegs. Und ich brauche ja immer noch so ein paar Waffentokens, ne? Und ich hoffe, dass ich das ein oder andere Token noch rausziehe. Warte, hier. Am besten halt kein Schiltern-Token. Und während wir hier einloggen, können wir mal auf meinen zweiten Account noch switchen. Hier haben wir einmal den Monk. Und mit dem war ich auch wieder fleißig, ähm... am LFR raiden. Mal gucken, ob wir hier vielleicht auch ein Waffentoken rausziehen können. Na? Das sieht nicht gut aus. Also wir haben einen Hals. Den brauche ich, glaube ich, überhaupt nicht. Dann haben wir einen Kopf. Den brauche ich auch nicht. Hat sogar schlechtere Sets drauf. Und dann haben wir einen Ring. Den brauche ich auch nicht. Schade. Das war eine komplette Nullnummer. Dann nehmen wir einfach mal das Stygia, ne? Ich bin im Überlegen. Stygia oder ich nehme so ein Teil und disses. Naja, komm, wir nehmen das Stygia. Man weiß ja nie. Vielleicht kann man es für irgendwas mal gebrauchen. Auch mit einem Twink, ne? Eventuell kann ich ein paar Conduit-Teile upgraden. Hm, okay. Man kann nicht immer Glück haben, aber bestimmt im nächsten Char. Dann würde ich sagen, swappen wir hier auch mal. Ich bin ja schon ganz froh, dass ich nicht die ganze Zeit die Schildhand-Tokens kriege. Aber wahrscheinlich kann ich die nicht kriegen, wenn ich auf Tank gestellt habe. Weil da kriegt man im Normalfall halt immer, oder kann ja eigentlich keine Schildhand gebrauchen. So, dann swappen wir hier auch mal auf meinen anderen Druid. Und hier sind wir schon eingeloggt. Und dann gucken wir mal. Naja, mal gucken. Der kann bestimmt auch noch das eine oder andere brauchen als Upgrade-Item, beziehungsweise hoffentlich ist eine Waffe drin. Okay, da haben wir auch keine Waffe drin. Wir haben einen Kopf drin. Der ist tatsächlich... Ich habe den Kopf schon mit Sockel. Oh, ich könnte ihn mal sockeln. Dann haben wir einen Trinket drin. Das bringt mir eigentlich auch nichts. Und wir haben noch einen Trinket drin. Dann muss ich hier wohl auch Stygia nehmen. Oh, das sind jetzt aber zweimal eine Nullnummer gewesen. Ich muss mit meinen Twings jetzt langsam mal anfangen, nicht mehr LFR zu laufen, sondern NHC und da das Transmog-Zeug zu farmen. Dann habe ich da noch eine Chance, quasi auch das normale Gear als Transmog zu bekommen. Und nicht nur, wenn ein Waffentoken drin ist. Aber muss man sich halt eine Gruppe suchen. Das ist immer so ein bisschen die Frage, ob man das machen will mit einem Twink, wo man jetzt keine Kills hat und so. Das ist immer ein bisschen schwierig. Gut, dann können wir hier auch wieder umloggen. Einen Charme tatsächlich noch. Ich hoffe, der reißt jetzt raus, dass wir da zumindest einen Waffentoken noch mitnehmen können. Hier kann ich schon mal zurück auf den Main swappen. Und dann sind wir jetzt noch auf meinem Night Feature als letztes. Und mit dem müsste ich auch wieder 10 Bosse gekillt haben letzte Woche. Ich hoffe, dass wir hier das Waffentoken drin haben. Vor allem, ich brauche mit Night Feature eh noch Token. Neun? Was ist denn los? Dreimal nichts? Das ist ja ganz schön traurig. Was haben wir denn hier? Das ist schlechter. Das ist auch schlechter. Und das Trink ist auch schlechter. Dann nehmen wir das dritte Mal Stygier. Uff, okay. Gut. War mal eine Woche ohne großartig Waffentokens. Dafür haben wir zumindest einen Chance von Typer Main gekriegt. Kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren. Und nächste Woche wird es hoffentlich wieder besser. Und ja, damit sind wir mit allen Charms durch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Und dann sehen wir uns in der Woche wieder, wenn es wieder heißt, hier Opening des Great Walls. Bis dahin. Euer Tila. Äh, ciao.